kleines unboxing marvel collector series tor versus loki ich habe die auf blauen dunst bestellt man konnte gar nicht sehen dieser aussehen war mir jetzt auch nicht so wichtig okay dann haben wir hier scheinbar einzelteile muss ich dir auch noch wasser ich jetzt mal so auf jeden fall hätten wir hier erstmal tor der mit seinem hammer an diesen wundervollen okay ich meine noch da rein irgendwie alter aber wo stecke ich ach den stecke ich jetzt hier unten hier hat hier der kopf reingeproppelt so sieht das manneken aus was macht mein handy da und so sieht tor aus ach so dann koppelt man den einfach hier rein so okay das ist tor versus loki wie immer mega kurzes unboxing das teile suchen hat länger gedauert wie alles andere ich wünsche euch noch einen schönen nördigen tag lasst mir kommen lassen den abo da link ist unten drunter wenn ich es finden sollte ansonsten bis zum nächsten mal tschaui 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 Vielen Dank.